Bis zu 70% auf Teile und Zubehör. Der neue Hyma Venture S exklusiv live bei uns vor Ort einmalig. Und der neue Nisman und Bischof Flair erstmalig auf dem Handelsplatz zu sehen. Dazu gibt es tolle Weihnachtsspecials mit Streetfood und Glühwein. Auch unser benachbartes Shopping-Outlet des Wertheim Village macht ordentlich Prozente an dem Wochenende. Und wir selbst auch haben auf unserem Hof natürlich auch auf unsere Fahrzeuge, Wohnmobile, Wohnwagen und Camper, da werden es vor allem Urban Vehicle auch nochmal eine richtig, richtig tolle Rabattaktion. Da oben seht ihr unser Gyma Herz, denn wir laden euch herzlich zu unserem Black Friday Schrägstrich Winterzauber ein. Am 25. und 26.11. könnt ihr zu uns in den Hyma Ring 4 nach Wertheim kommen. Ich habe euch die Specials schon aufgeklärt. Das Ganze wird am Freitag, also am Black Friday von 9 bis 20 Uhr sein und am Samstag von 9 bis 22 Uhr. Wie ich schon gesagt habe, das Wertheim Village, unser benachbartes Shopping-Outlet, wird auch eine tolle Black Friday Aktion machen im gesamten Outlet. Das heißt, auf dem kompletten Almosenberg hier in Wertheim wird einiges los sein. Wir haben selber auch 70 Prozent, bis zu 70 Prozent auf unsere Shop- und Teileartikel, denn wir verkaufen Restbestände aus unserem Lager heraus. Wenn ihr da also auf Schnäppchenjagd seid, kommt auf jeden Fall bei uns vorbei. Weiterhin wird es tolles Streetfood geben. Wir haben wieder Foodtrucks da und Weihnachtsspecials sind auch dabei. Glühwein wird es geben. Wir haben auch eine Glühwein-Aktion dann bei uns am Laufen. Also auch da wird, glaube ich, jeder auf seine Kosten kommen. Und, und das ist schon wirklich echt besonders, zum einen wird es den Hyma Venture S bei uns live zu sehen geben. Wenn ihr euch das Fahrzeug anschauen wollt, dann rate ich euch, zu uns zu kommen, denn es ist einmalig. Das heißt, ihr könnt an dem Wochenende das Fahrzeug nirgendwo sonst sehen als bei uns. Und generell gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, den zu sehen, außer bei uns auf dem Event, also auf unserem Black Friday Event. Und weiterhin haben wir dann auch schon unseren neuen Niesmann und Bischof Flair da. Das heißt, wir sind einer der ersten Händler, die den geliefert bekommen. Also, grundsätzlich gibt es auch Entertainment für die ganze Familie. Ich sage es nochmal, 25.11. und 26.11. hier in Wertheim wird es dann praktisch zur Sache gehen. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch nochmal den Winter einzuleiten mit einem tollen kleinen Weihnachtsmarkt und unseren Specials, die ich eben auch gerade genannt habe. Kommt unbedingt vorbei und ich denke, dann sehen wir uns spätestens am 25.11. oder am 26.11. hier auf dem Hüngerring 4 in Wertheim.